und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei genshin impact der letzte teil von vom frak wirtskaisen vor dem fest ist freigeschalten worden flüchtige farben im flug aktions details meeres verteidige diese die raushaltung insgesamt einmal okay die werde ich eh zig mal machen müssen aber ist cool dass die wenigstens mal da ist und die flammen können wir machen zum auftragen wir müssen den auftrag erst machen ziel verfolgen die sichtbar ist dass jeder person habe ich das nicht markiert bin ich jetzt bescheuert ah ja stimmt ich muss bis zum nächsten tag warten ach bis zwölf war es glaube ich oder muss ich insgesamt noch mal einen tag warten ich mein tag ein paar tage sind ja jetzt eigentlich schon rum doch da geht es weiter das ist meiner die überhaupt wieder alleine machen hat lassen dass sie wieder so allein das ding durchzieht alleine ding wirklich fällt mir gerade das passende wort nicht ein aber egal weil es ging ja darum dass wir ihr die arbeit abnehmen und am ende haben wir dieses feuerwerk einfach wieder gefunden ja nein vielleicht scheinbar nicht wer ist das rest assured all this quiet here in chinks a village chang un is guarding the outside and i'm guarding the inside not a problem in sight perfekter zeitpunkt let's go traveler paimon you're just in time i looked everywhere and i found some clues regarding the treasure hoarders besides wagon tracks i also came across bits and pieces of firework packaging scattered on the road following those clues i was able to finally locate the missing fireworks but there was no sign of treasure hoarders sind sie weggellof no i think they might be just overly careless i seem to have found the location where they've been stashing all their stolen goods they must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards the amount of fireworks they've amassed there is astonishing not only did they steal the ones in chinks a village but also from other locations too they've gathered all the stolen goods there i've asked the millilith on guard at chinks a village to report this to the ministry of civil affairs they will organize a search around that warehouse now that the millilith is involved you don't need to handle this yourself anymore the treasure hoarders are notoriously cunning and they may even have lookouts if they notice anything suspicious they will move the fireworks and our single lead will be lost i have to keep an eye on the situation uh you're not really thinking that you can take all of them yourself are you no i am not that reckless i just want to investigate the case thoroughly but now that i have your help the idea is feasible so you really are considering it okay then there's no time to lose let's go dass das am ende eh wieder an mir hängen bleibt war doch sowieso klar ich mein ich bin der verdammte hauptcharakter flüchtige farben im flug in drei in unserer erinnerung sind die sternschnuppen ja klar macht's doch noch schneller weg alter letztes mal war ich zu spät kann ich hier eigentlich wieder was kaufen ich weiß gar nicht ob der immer wieder neue sachen bekommt ich glaub's zwar nicht aber ja hätte mich jetzt gewundert wenn der immer wieder neue sachen bekommt wo müssen wir hin da müssen wir hin ist aber nicht sehr weit weg ist doch klar um die ecke jetzt ist aber auch schon wieder knapp ne woche rum ne wo jetzt dieses update da kam oder halt das update update ist ja schon da gewesen aber die zweite phase vom update vom letzten update das heißt es sind jetzt eigentlich hier auch schon wieder bloß noch ja zwei wochen noch dann geht's schon wieder mit dem nächsten update weil yes jae miko alter jae miko ach ja wieder ein charakter den ich aufladen muss fuck die grünen schutzreiber wollte versuchen zurückzukommen um sich das feuerwerk anzusehen bitte schau dir selbst lasst uns warten und sehen was passiert hey boss you think we have enough fireworks now ha are you kidding this ain't nowhere near enough uh but boss if we want more fireworks we're gonna have to steal them in the city ain't gonna be easy hmm you got a point all right then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty what do they call them ah yeah firecrackers those will do the job all we need to do is make some real ruckus as long as we distract the millilith the other horrors can do their end of the job you get it got it boss i gotta hand it to you we're gonna hit the jackpot this time yeah but uh boss all our boys are out scouting around don't you think we need a few more to guard the stash hey don't worry about it the millilith are swamped with lantern right they won't have time to come out here all right move it boys just a few more batches and we'll be uh oh hey boss we got trouble huh what happened the jig is up boss the millilith are coming and it seems they've already caught our scouts if one of the boys hadn't set off a firework to warn us we would have been completely blindsided boss let's run but how did the millilith find out about us and so quickly too ah fine leave the fireworks and let's split they won't be catching us it's time to make our move ready good let's go drop your weapons and surrender immediately get out of my way you got a death witch or something i'll show you you huh wait a second you're lady coaching the yuhong so you do recognize me then i'll see it one more time drop your weapon and surrender now who would have thought we'd run into the yuhong all the way out here all right horrors looks like the yuhong wants to play i will show you get him yeah he is already one of the way out here also he is already over wow i have a little bit over that way and then you want to do this the hard way we.. we surrender you hung now i want some answers what were you planning to do with the stockpile of fireworks Wir... 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 Tell the truth, and I might go easy on you. Wir... Wir waren gut, aber wir wollten die Feuerwerke schnauern in die Stadt und sie in die Lantern Rites zu eröffnen. Die Feuerwerke sind wirklich sehr blöde und würden definitiv etwas grösschen, wir wollten die Stadt schnauern die Stadt und alle von den Explosionen. Aber wir haben nicht genug Feuerwerks, also... Oh? Also, du hast mehr als eine Gruppe von Thieves, um Feuerwerks zu holen? Ja, das ist richtig. Vorher hatte ich alle Hordern aus, um Feuerwerks zu holen, aber dann eine von ihnen wurde von der Feiyun-Commerce-Guild und wurde verletzt. Ich wirklich nicht verstehe. Warum wurde die Feiyun-Commerce-Guild involviert? Wir waren nur von der Regierung. Nein, was ich gesagt habe, ist... Ich habe Angst, dass der Mann, der verletzt wird, uns rauskriegen. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schlafen? Hey! Didn't einer von euch sagen, dass die Millilithen kommen, auch? Ja, das ist richtig. Ich wundere, wie die Millilithen sogar herausfinden, dass wir Dispatch-Scouten haben. Sie haben quasi alle von ihnen capturiert. Wenn jemand uns nicht alertet hat, wir haben alle getroffen. Na gut, du hast getroffen. Na gut, du hast getroffen. Na gut, äh... Ja. Es scheint, dass die Millilithen geschafft haben, zu holen den Schrauben-Gerden zu sprechen. Es gibt noch andere Schrauben-Gerden in der Region. Wir sollten nachher gehen, um sicher zu sein. Ich bin sicher. Traveller. Please escort the treasure hoarders back to Chingse village and hand them over to the Millilith station there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Bitte sei vorsichtig. Yes. You too. I'll see you in Chingse village. Okay. Wir könnten uns eigentlich hinporten, ne? Für was laufen. Oh, warte. Das wäre da links gewesen. Naja. Egal. Von da kann ich auch hinfliegen. Ich finde ja diese... Ne, wobei, ne, passt schon, wenn die stehen bleiben. Ich hatte gesagt, so Sachen, die wo du abgeschlossen hast, sollten eigentlich verschwinden. Weil die stören halt ein bisschen so die, die, ähm... Wie sagt man? Die Ästhetik des Ortes. Also ich meine, so schaut halt alles schon echt geil aus. Aber wenn dann halt so mittendrin so dämliche Dinger stehen, die kein Schwein braucht. Huh. This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Don't worry. The Yu Hong will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you, it'll be safe. Jung Cheng. Yes indeed. Oh. It appears the traveler has returned. And with two others, no doubt. Sind das die Diebe? Hä? Klassische Diebe, die ganze Geschichte über die Ergreifung des Diebes wurde erzählt. Es ist definitiv gefährlich, eine enemy-area wie so. Wenn ich nur da war, um mit dir zu kämpfen. Komm jetzt. Wir wissen beide, dass der Traveler am meisten kann. Hehe. Aber wer hätte wussten, dass wir so eine noble Aufgabe gemacht haben? Wir haben den Treasurer vorhin vorhanden, von Mierer-Happenstand. So, was sind wir, Monster oder so? Warum hat denn der so Schiss, wie wenn wir ihn massakrieren würden? Wenigstens einen Arm abschneiden, was? Ja, talk about a coincidence. Es scheint, dass die Justiz immer findet ihre Weg in den Welt. Es ist in furchtlichen Momenten, dass die Miracke sind. So, es war Sie? Sie schrecklichen Brüten sind diejenigen, die die Feuerkirchen verraten? Nur die Sicht von Ihnen zwei machte meine Blüten. Bitte, calm dich. Ich warte, dass sie mehr Probleme haben, wenn sie in Behandlung sind. Vielen Dank, Traveler. Aber ich frage mich, warum hat Lady Keqing nicht mit dir zurückgebracht? Lady Keqing hat Angst, dass es mehr Schraubhörer gibt. Sie wollte eine vollen Suche von der Umgebung machen. Oh, ich verstehe. Ja, Lady Keqing ist ziemlich thorough. Ein Team von Millilith kam gerade jetzt. Ich glaube, sie wurden von der Ministerien des Zivilen. Ich habe auch gehört, dass die meisten von den Schraubhörern, haben bereits verabschieden. Hoffentlich wird das Ende dieser Sache. Anyway, Sie können diese Schraubhörern zu uns verlassen. Ich werde sie zurück in die Stadt bringen, und sicher, dass sie mit den anderen unterhalten werden. Und so, unser Kapitel hat endlich erreicht. Ich bin auch mit den Zivilen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch wieder verlassen. Huh? Warum in der Zeit, um die Feiyun-Kammerz-Gilz zurückzukommen? So viel zu tun? Oh, sagst du uns, dass du auch Arbeit hast. So viel zu tun? Inevitably, Affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun too. Huh? You mean you're assigning more work to me? It is only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Er nutzt du das einfach gern aus der Sack. Oh, alright. I suppose. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. Alright, alright. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, Traveler. Chongyun! Ksing Kui! Ah, y'avait quelles arme ich meine. Hey! Did you hear that explosion? Maybe it was fireworks. Oh! Or maybe more treasure hoarders. Oh no! Maybe she ran into trouble. Let's go and help her! So, wer braucht, wer hat den Stress hier? Los geht's! Hä? Warum hat die da so'n Ding aufgestellt? Ups. What did I do? Hey! Kooching! Kooching? Uh-huh? What treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again! Ah, I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them and... Sure enough, it seems... I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were... Already up in the air. How can you do that? 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 So, no enemies? Huh. Well that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize, I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems like this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste and the whole show would be ruined. So is that. By the way, Kuching, you're the one in charge of the fireworks show. Which means you know the best viewing spot, right? You gotta give him up. Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Don't worry. I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, yeah. We said we would like him. And we've even collected a few opinions about taking the rest from work. Zhang Li said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. Hey, is that who Paimon thinks it is? I've seen a video on YouTube. Gleich geht's weiter, yeah. I've seen a video on YouTube. Zhang Li, der is überall in irgendwelchen Trailern drin, ne? Du siehst ihn, wenn... War das im Charakter-Trailer? In einem von den zwei Trailern, die zu Yunshin kommen? Wo sie auf dieser Bühne steht? Siehst du, wie die Kamera an ihr so vorbeischwebt? Und dann siehst du im Hintergrund in Zhang Li hock. Dann siehst du im Tataklia seinem Video, wie er oben steht. Oder war das? Ne, das war, glaub ich, beim Song zu ihm. Da gab's ja dieses... Die gab's immer diese Lead-Compilations da, wo er dann irgendwo steht. Und dann schwebt die Kamera so weg. Und dann gibt's auch auf der Genshin-Website. Dann siehst du dann auch, wie er ganz unten, man sieht's fast nicht, wie er durch... Wie er auch entlang spaziert. Ey, da gibt's, glaub ich, zwei, drei so Dinger, ey, wo er halt einfach mitten irgendwo im Bild ist, wo du eigentlich, wenn du nicht weißt, dass er da ist, alter, es fast nicht siehst. Ja, du bist recht. Ich nehme deine Wiese-Wiese-Worte zu heart, Herr. Sie werden sicherlich sehr wichtig in meine nächste Erwartung. Du bist willkommen, Miss Yun. Ihre Willing-Nessung zu hören ist, in Ordnung. Es ist kein Wunder, dass deine Erwartung nur noch besser ist. Nein, ich bin Angst, dass das immer nicht immer so ist. Obwohl ich noch jung bin, kann ich manchmal sehr arroger sein. Ich kenne doch jeden mittlerweile. Nein, stimmt nicht. Wir kennen uns. Nicht jeder bekommt den Privileg, zu treffen, jemanden so kennengelernt und diskreter wie Herr Zhang Li. Du bist ein ganz normaler Typ, Alter. Ja, ich bin ja nur der Gott gewesen hier. Wow. Hat er wirklich nur das gesagt? Ich bin sicher, dass du Dinge zu diskutieren musst. Ich habe eine Verabschiedung mit Xin-Yan. Also, wenn du mich entschuldigen möchtest, werde ich meinen Weg nehmen. Warum hat er da ein Buch liegen? Sehr gut. Auf Wiedersehen, Miss Yun. Äh, die Perspektive war jetzt cool. See you around, Yun-Jun! Also, erzähl mir, was hast du von der Reise gelernt? Wir haben die Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Zhang Li wurde die Meinung anderer über die Ruhe erzählt. Hm, ich verstehe. Ich denke, man kann daraus eine Geschichte machen. Ja! Paiman hat bereits angefangen, seine eigene Geschichte zu hier zu kreieren. Das Ziel ist, dass Kuching mehr zu resten. Mit nur einer einfachen Geschichte, richtig? Wenn das so ist, dann denkt Paiman, dass wir das Essen als unser Thema nutzen können. Oh, wer hätte das gedacht? Schau mal an. Wer mag nicht leckeres Essen? Und wenn es um zu essen geht, hat jeder eine Meinung. Das ist der perfekte Weg für unsere Geschichte. Paiman weiß nur, was zu schreiben. Mal sagen, es gibt einen Chef in Liue, der sehr talentiert ist. Er öffnet ein großes Restaurant in Liue Harbour. Und viele Kunden kommen jeden Tag. Soll die Kochkünste werden immer schlechter? Oh, das ist gut. Aber warte, haben wir gesagt, er ist wirklich gut am Kochen? Das würde Sinn machen. Hast du das nicht alles gesagt? Es gibt keine Möglichkeit, die Schlussfolgerung zu kommen. Warum nicht mehr auf den Chef? Mehr über den Chef. Du meinst auch gut und bad Dinge? Ja. Für eine Empathe muss man sich empfangen. Ich möchte diese Chef-Charaktere von uns ein bisschen deeper verstehen. Hmm, Paiman didn't think this far. Uh, why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Kuching, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Um, okay. Let Paiman think. Hmm, what did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap, and the joy of reaping is what one yearns for. Haha, that was quite poetic, Paiman. Bravo! Haha! Oh, now Paiman remembers! Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up! Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. Uh-huh! That's exactly what she said! So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. Hmm, but there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy! He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat! Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes. The chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities, and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Zusammen sind wir stark. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. Um, what was it again? Oh, yeah! Arrested worker is an efficient worker. That's what Yanfei said. So, the chef gets busier and busier, to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen! His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains and the distance. The bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore. So they stop coming to his restaurant. Was für eine ernste Konsequenz, wenn man sich nicht ausruht? Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying, Paimon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score one for Paimon! Ha! Juhu, das ist großartig, Alter. Ihr müsst doch mal mehr Übersetzen, ihr Penner, ey. Das war doch jetzt voll der geile Satz. Score one for Paimon. Ein Punkt für Paimon. Das ist doch wenigstens noch besser als Juhu, das ist großartig. Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now will be the ideal moment to speak with her. If all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhang Li says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Kuching. これは Kuching! Oh, that... Das ist großartig. Das ist großartig. Malo! Jasper === Untertitelung. BR 2018